Norddeutscher Rundfunk 2021 Aber Tal hat gewonnen, er muss doch zahlen. Wir haben gesagt, er muss zahlen. Werden wir noch alles? Hat jeder? Junge, das macht jeder, ja. Hat jeder? Hä? Wie bist du? Ich bin sehr. Das geben die auch andere Menschen, ich schwöre. Pau, ja. Boah, das stinkt, Alter. Ja, Alter. Jetzt auf, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Wie kostet das, 100 Euro? Eine Kurve. Ich würde nicht das machen, ich glaube, ich werde auslassen. Ah! Oh! Der hat mich doch geknallt, ja. Junge! Nein, 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 nein. Ich schwöre, das macht doch keinen Sinn, ja. Hallo, Hanno, Hanno, was ist dein Name? Hä? Was ist dein Name? Wie? Tanz, tanz. Tanz, tanz! Hanno, Hanno, Hanno! Hanno, Hanno! Hanno, Hanno, Hanno! Millionär! Millionär! Ich will nicht wissen, wie viel Kopf in der Schirmund drin war, ja? Oh, was ist das? Hanno, was ist das? Ey, ich habe sie jetzt gekriegt, ja? Hanno, 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 Hanno! Hanno, Hanno! Hanno, Hanno! 50 Euro, wenn du das kriegst. Der kann doch so nicht Und nur Schokolade 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 Oh Oh Ich kann es nicht gleich. Krieg den, krieg den. Abi, hier. Abi! Den muss ich auch noch bringen. Abi! Ey, Jones, halt das. Wolltest du was trinken essen? Digga, hast du das wirklich geschluckt jetzt? Digga, er hat Öl mehr, Öl mehr. Abi, Abi! Was soll ich da halten? Ich muss dir zahlen. Wie viel? Wie viel? Okay! 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 Bye-bye! Okay, bye-bye! Okay! Bye-bye! Du bist abgezogen! Wie, ich kriege kein Geld wieder? Nein! Doch! Nein! Abi! Finish! Finish! Sag mal, sag mal, sag mal zu dir. Okay! Was heißt das? Gib mir das wieder. Was? Abi, gehst du nicht? Sag, wo ist es denn? Sag du doch, Junge! Sag du doch, das ist doch dein Geld! Ich kann das doch nicht! Du musst doch was sagen, das ist doch dein Geld! Sag doch! Dann ist da Geld weg! Sag doch! Das geht doch nicht, du musst doch sagen! Ja, wie heißt das? Ich verkanne das doch nicht, Junge, ja? Ja, mach das dann, weil du im Garage kriegst das Geld nicht wieder! Ja! Ja, ja! Verhältst du das? Ja! Der ist einfach abgezogen, ne? Der checkt die Welt nicht, ne? Zillach! Zillach! Ja! Was gibt's hier noch? Der haut einfach ab, ja? Wurstaasch! Ey, wie viel hab ich dir jetzt gegeben? Der wird dir schon zurückgegeben. Komm, mach mal ein Dance-Bettel gegen in der Tanzkanzel. Ja? Du kannst dance? Ja, okay. Ja, komm! Ey, 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 ey! Ey, shit, das sind 200 Euro, ja? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Sag mal, was der macht. Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Ruf die Polizei! Aber der hat mein Geld geklaut. Wer hat mein Geld geklaut? Kein Problem. Die ziehen mich ab, ja? 100 Euro? Egal. Habe, Habe, Habe! Habe, Habe, Habe! Das ist ein Trinkgeldbock. Habe, Habe! Weiß, Habe, Habe! Oh, nein, nein, nein! Eiscream, Eiscream! Eiscream! Oh! Sehr gut, gut! Oh, oh! Oh, oh, oh! Okay! Oh, oh, oh! Oh, Alter! Das reicht! Ich habe mein Geld! Ich habe dein Geld mehr! Das ist mein Money! I... Das ist mein Money! Nicht Money! Die Team ist einfach aus. Die Team ist einfach aus. Alter, der packt sich jetzt wirklich rein. Mein Geld ist weg, mein Geld ist weg, mein Geld ist weg. Mein Geld ist weg, mein Geld ist weg. Der hat dich abgezogen. Mein Geld ist noch nicht weg, er hat immer noch in der Hand. Jetzt nimm und reiß, lass gehen. Arbe, der hat mein Geld. Ich gebe dir einen Tipp. Das sind solche Abzieher, die haben sich einfach abgezogen. Die haben erst mal zurückgegeben, bevor die überhaupt kassiert haben. Daher 200 Euro. Der Arbe Klettert, der Arbe Klettert. Der Arbe Klettert. Jetzt mit einem Einzelkampf. Oh, Polizei. Er hat Angst bekommen. Wie schwer hat er Angst bekommen. Danke. Guck mal, wie viel Geld er mir abziehen wollte. Er ist einfach abgezogen, ja. Daran habt ihr gemerkt, dass wir in der Türkei sind. Nicht mit jedem tanzen. Aber hast du gemerkt? Die nehmen erst mal ein Tricket. Danach zahlst du erst mal. Und danach nehm ich noch mal auseinander. Ich sag euch jetzt so, wie es ist. Wir haben für das Wasser und 2 Eiscream. Locker 3 Euro habt ihr gezahlt. Boah. Ey, der hat mich abgezogen, ja. Und die haben euch schon die ganze Zeit diese Tippbox reinmachen lassen. Locker 40, 50 Euro weg. Oh, Merhaba, ja. Hey, der hat uns einfach abgezogen, ja. Da ist er schon wieder. Armin, du willst uns abziehen. Du ziehst uns ab. Armin, 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 Armin. Hey, Armin, Armin, Armin. Armin, 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 Armin. Ich hab ihn 그냥, Armin. Ey, der hat sich respektiert. Ja, ja, ja. Woohoo! Okay, er hat sich geschlagen. Ich auch noch. Nein, nein, nein. Ich liebe dich. Armin, Armin. Jamal! Jamal? Jamal! Jamal! Jamal?! Jamal, für die hat es schon belohnt, wie mit 200 Telaf-F-Beunden. Abbe, ich liebe dich! Du nicht! Du ziehst uns ab, ich schwör! Oho! Wenn ich mit einer Eiscreme 40 Euro mache! Da können wir alle voneinander! Aber wer da ist? Ich schwör, dass du mal alle schwör! Ich schwör, dass du mal alle schwör! Ich schwör, dass du mal alle schwör! Abbe, Abbe, Abbe! Abbe, Abbe, Abbe! Abbe, Abbe, Abbe! Abbe, Abbe, Abbe! Komm, komm, komm! Wir müssen alles verkaufen! Hör auf damit, ich schwör! Der zieht uns einfach ab, ja?